Vor uns liegt ein ca. 750 Quadratmeter großes Grundstück in Schwerte. Im Hintergrund hört man die Autobahn A1 und wir sind nicht allzu weit entfernt. Von daher spiegelt sich das auch im Preis viel. Das ist nicht allzu teuer, dieses Grundstück. Ansonsten hier in der Straße recht gut gelegen. Man kann es natürlich wieder mal nicht einsehen, weil es komplett bewachsen ist. Ansonsten schreibe ich dann alles weitere dazu im textlichen Teil. Die Straße ist eine ruhige Anliegerstraße mit kleinen Einfamilienhäusern. Sieht hier ganz nett aus. Wie gesagt, einzig verstört ist ein bisschen die A1. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, ganz so tragisch ist es nicht, weil auch noch eine Immobilie im Hintergrund steht, die nimmt auch noch etwas Schall weg. Das soll es dann auch erstmal von ihr gewesen sein.